so mal gucken ob ich die leute platzieren muss auch geschafft offen oh man ich dachte hier geht es schon okay das kenne ich das habe ich schon mal gesehen glaube ich ich bin ganz oben da kommt ein richtiger asozialer sprung bei lost city gibt es die eine möglichkeit wo man dann diese fensterbänke springen muss sondern gewiss da war eine einstellende leiter wo du reich an die leiter springen können das und von leiter dann links in die fensterbank rutschen könntest oh ja ich hab den gerade jetzt wieder einen start schwimmen what the fuck warum schweben die leitern auf dem wasser was ist mit denen kaputt siehst du das ist fackel die fackeln eigentlich die fackeln auf dem wasser schweben ich war einmal da oben und diesen scheiß sprung habe ich probiert aber ich habe mit wobble gott eigentlich kein schlusser seit dem mund nicht zu voll nehmen jetzt wieder unten alter wenn ja sozial ich gehe nun kreativ und start wieder zurück zu gehen weil ich habe keine chance zu schwimmen glaubt mir es kommt nicht nur einmal was man da machen muss da oben man kann aber nicht direkt dahin springen oder probier's doch das geht also du musst erst an die leitung dann gleich rüber nicht auf der leiter stehen bleiben doch noch nicht alter ernsthaft nein ich habe ganz ganz hinten gefällt an der wand ich habe einen Sprung nach dem Ding wenn ich doch geschafft es ist auch gott das ist dann wieder so eine rumpupier challenge die einfach nur ankotzt du einfach denkst da fehlen Millimeter nur ich finde das aber so recht einfach okay den Sprung habe ich noch geschafft den Sprung danach auch und den auch jetzt kommt ein 3er okay der dürfte leicht sein das ist ein 4er einen nach unten der dürfte auch noch leicht sein ich habe keine Ahnung wie ich diesen Sprung machen soll ich glaube das ist der letzte schwierige das sein ich habe geschafft ich habe mein Kruzifix oh ich mach den nicht ich überspring die Scheine steht dauert mir einfach zu lange wegen dem Wobbeln wegen dem Scheiß Wobbeln boah wohin lol wohin da rein was ist das denn hier da rein nein also wenn ich den wenn ich den Fehler dann mach ich das auch nicht nochmal ach cool hier ist glaube ich so ein Raum wo der sich aufgeschrieben hat was jetzt was ist und was jetzt verändert wurde und alles lol wie weit wie was ist das für ein Risiko so ich hab den Lever ja warte ich komm gleich hier nach und die Challenge geschafft alter what the fuck ist das hier oh krass oh yeah klar da hast du jetzt aber schon 2 Challenges mehr übersprungen als ich oder ne hast du eine du hast die eine ne du hast auch eine übersprung die ich nicht übersprungen habe welche das war relativ am Anfang auch mit Leitern wo ich die Leiter weg gemacht habe ich weiß es gerade echt nicht aber das ich hab nur einmal also einmal habe ich die Leiter weg gemacht die über mir war aber sonst habe ich den Rest der Challenge komplett geschafft und sonst haben wir entweder gemeinsam aufgegeben und einmal hast du äh war das bei Lapis ne das war bei dem einen danach da hast du aufgegeben wo ich es dann noch geschafft habe und jetzt die auch lass rein oh alter die Map äh die Challenge war aber auch schwierig schlag mich schlag mich schlag mich komm mal wieder zu dir teleporten hab ich gehört nein das bringt eh nichts oh ich dachte hier wäre jetzt der Reward wenn dann hätte ich ihn verdient ohne Scheiß fuck nö äh wo lang Wobbel scheiße Wobbel nö ok am Arsch Alter wie ihr überall Leiter und Sprünge sind ich hasse es du kannst ihn natürlich ihr wisst ja nicht wie ich Leiter und Sprünge einfach nur abgrundtief hasse ja ich hab den Reward man das ist doch unfair bin jetzt auch da Manno gib mir was ab ich hab die vorhergehende Challenge geschafft was für ein Reward ohne mich wär das wärst du nicht achso hier ist gar kein Reward achso lol ich dachte hier wäre die Challenge zu Ende aber ich muss sagen wir sind gar nicht so schlecht den ganzen Challenges hier ist die Challenge zu Ende hahaha so ein Bastard mal ich hätte die Leiter runtergelaufen bist du nicht ja ganz an den Rand ich bin ich leise ich bin 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 leise das ist doch unfair nur weil du jetzt bei der Till Schnauers achten egal dafür weiß ich dass ich zwei Changes weniger übersprungen überhaupt nicht klar das werde ich alles mit einem Medium Material nachprüfen 20 20 20 habe ich gehört ist das die lass die machen ah ok ok eine Wassermap kennst du die kennst du die nö äh wo lang ach lol wie weil die Schilder mit alter die Ahn sind so asozial wie Ahn sind denn nicht so wie Leitern in oben lol ich verstehe das mit den Leiter äh mit den Learen nicht boah es geht einfach das Wasser hoch darum steht das Wasser das was die aber trotzdem wollte ich es normal machen wollte es normal probieren wie ein jeder normale Mensch auch was you are prohibited was heißt denn das prohibited I don't know wenn ich nicht hochkabel egal ich glaube das heißt sowas wie dir ist verboten die hochzumachen aber Eka YOLO man da will man mal ehrlich sein und dann wird man dafür nicht mehr belohnt kommst du ja ist das die ne ist die 22 na dann guck ich in mein schlaues büchchen ab 21 trip b cube ok das ist der farbige Würfel äh den farbigen Würfel suchen bist du sicher? jaja